Hallo und einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem man das Video guckt. Heute stelle ich euch wieder eine neue Sorte von Rockstar vor. Und zwar Killer Citrus heißt die. Die sieht so aus. Und was hat hier eigentlich drinne? Orangensaft ist hier drinne. Also schmeckt es vielleicht nach Orange. Mal gucken. Ja, machen wir mal auf das Ganze hier. Wirkliches. 7 7 8 8 10 ja es schmeckt gleich an orange eigentlich könnte es auch orange nennen und nicht titrus aber naja weil es überhaupt nicht sauer ist finde ich aber ganz leicht minimal sauer ist doch mehr brauchen energy saufen ja leute aber entmüß ist das sauer naja mir schmeckt das killer schwer wie besser als das keller zieht raus ganz ehrlich leute hier nicht mehr daß nicht aber es geschmack sache und ja ansonsten ja können wir in die kommentare schreiben wie ihr findet es im geschmack hier aber wie gesagt ich bin nicht der meinung dass es schmeckt ja ich tue es jetzt auf 10 minuten nur pushen damit ich werbung krieg meistens die leute hier nein aus diesen gründen runter rein bis zum nächsten video ciao